Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde mein Graffiti Beast Beyond mit mir und schneller. Hallo! Wir waren jetzt letztes Mal ein bisschen bei Bloodmagic stehen geblieben und ja, Bloodmagic ist weg. Keine Lust mehr? Nee, natürlich nicht. Ich habe nur den Altar etwas weggetan, weil da unten ist es platztechnisch doch ein bisschen eng geworden. Daher bin ich raus an die frische Luft gegangen und hier ist der Altar jetzt. Ich habe das hier draußen hingestellt, habe auch schon mal bis Tier 6 quasi alles vorbereitet mehr oder weniger. Hier oben, wo die weißen Bobbel draus sind, müssen natürlich noch andere Steine hin und hier, wo dieser Basaltbrick ist, müssen natürlich noch Runen hin. Ich habe auch hier schon angefangen für Tier 5 ein bisschen die Runen reinzumachen, so viel wie ich hatte. Und ja, habe die Beacons schon mal hingestellt und ja, würde sagen, ich sage jetzt erstmal, was ich bei der letzten Folge so ein bisschen falsch gemacht habe oder wo ich einfach nicht besser wusste. Und zwar, das Ding zeigt uns nicht DLP im Altar an, sondern natürlich die Essenz, die wir im persönlichen Netzwerk haben, was wir zum Beispiel für Rituale brauchen oder wenn wir Werkzeuge benutzen und so weiter und so weiter. Und ich habe mich immer gewundert, warum das Ding hier manchmal groß geworden ist, manchmal nicht. Das ist, wenn man in Nähe von diesem Dingen hier hingeht, dann verändert sich's. Dann kann man zurückgehen, einmal einen Rechtsklick machen und dann verliert man 90 Prozent der EP. Und wenn ich das gleich nochmal mache, passiert nichts, weil ich nämlich hier diesen Soul Fray habe. Und erst wenn dieser abgelaufen ist, ich glaube, das sind immer so 15 Sekunden. Ich sehe es leider nicht. Ich sehe nur 6, 5. Das heißt, das Ding ist in ein paar Sekunden vorbei. Das sieht man auch, wenn dann die Partikel hier aufhören. Und dann kann ich wieder 90 Prozent meines Lebens abgeben. Und das wandert jetzt direkt in mein persönliches Netzwerk, da ich diesen Orb hier drin habe. Mit dem normalen Blood Orb geht das irgendwie nicht. Ich habe jetzt hier diesen Magic Blood Orb, wo ich den hier reinsetze und ich tue mich dann verstechen, landet es nicht hier in diesem Altar, sondern wandert direkt hier in mein persönliches Netzwerk. Gut, dieses Ding hier muss natürlich nicht unten drunter stehen. Es muss nur in der Nähe stehen. Und ja, je mehr verschiedene Sachen man reintut, desto effizienter wird das Teil. Also man braucht hier dreimal diese Holzwege, dann zweimal diese Stone Pricks. Also ich habe hier noch eins zu viel. Da kommen dann andere Stone Pricks, also Tier 4 und dann hier außen zweimal Obsidian, Tier 5. Und ja, wie gesagt, je mehr unterschiedliche Sachen, desto effektiver wird das Ganze. Ich weiß es nicht, ob das zählt, dass ich verschiedene Sachen angepflanzt habe. Aber ich werde hier, denke ich mal, noch ein bisschen Lava hinmachen, vielleicht. Oder hinten ein paar Blumenpflanzen. Ich denke, so viel werden wir jetzt mit Blood Magic nicht machen. Ich wollte den Mod bloß mal anfangen oder mal so ein bisschen reingehen, weil er mich eigentlich immer relativ interessiert hat. Gut, ich würde jetzt mal kurz hier den Ding kurz voll machen. Und ja, wir haben ja am Anfang immer diese komischen Dinger hier gebraucht zum Schießen. Und dass diese Mobs uns ihren Willen geben, das können wir jetzt ein bisschen ändern. Und zwar haben wir noch, äh, haben wir noch Wille da? Oh, noch genug, okay. Äh, mal hier noch ein bisschen Platz machen. Äh, das kann man weg tun. Und das brauchen wir auch gerade nicht mehr, das brauchen wir nicht. Fackeln auch nicht mehr. Ach, das kann ich gerade nicht nutzen. Ähm, ich habe hier noch so ein Ritual-Diviner gebaut, weil ich dachte, wir brauchen ein Ritual für diese Blatt, ähm, Steine da oben. Äh, ist aber bei 1.10 etwas geändert worden. Oder bei Bloodmagic 2, da brauchen wir jetzt kein Ritual auf Binding mehr, um unser Schwert zu verwandeln. Sondern wir brauchen dafür jetzt einfach, ähm, diesen Aschenkreis und ein bisschen andere Essenz. Aber ich denke, das werden wir jetzt demnächst machen. Daher würde ich das Ding auch gleich mal wegschmeißen. Die Hope brauchen wir gerade nicht. Den auch nicht, das auch nicht. Das werden wir später brauchen. Und das hier, den brauchen wir sowieso immer. Und dann würde ich sagen, äh, die Dämonik will, die wollen wir nicht mehr so sammeln, sondern da gibt es einen Sammelbehälter. Ähm, und zwar, ich weiß jetzt nur den Namen nicht mehr. Bloodmagic. Na du. Bloodmagic. Äh, das sind diese Christ... Diese Kristalle hier, diese Petit Tartaric Gems. Die brauchen wir jetzt einmal. Das ist Redstone, Gold, äh, Glas. Äh, Blue Dye. Ich glaube, es kann auch Lapis sein, wenn ich es richtig weiß. Genau. Und ein bisschen Will. Und zwar ein Will. Okay, gucken wir mal, was ist denn hier das Schlechteste? Äh, 2, 4. Oh, 4 ist gut. Dann behalten wir erst mal. 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2. Das ist relativ egal. Da können wir dann erst mal den hier reintun. Dann war das etwas Glas. Hm, ich glaube, da können wir irgendeins nehmen. Dann war das, äh, Redstone, wenn ich es richtig weiß. Äh, Gold... War es Gold Nugget? Kann das sein? Moment, wir nehmen... Ja doch, ich glaube Gold Nugget. Und ein Lapis. Und wenn wir das jetzt alles hier reintun. Dann habe ich jetzt doch was falsch gemacht. Äh, Mist. Blood Magic. Wo ist es denn? Den Kollegen hätte ich gern. Ah ja, ein Gold Nugget. Okay. Das kriegt man dann hin. Ein Gold Nugget. Und schmeißen wir das schnell rein. Und jetzt crafte sich das Ding zusammen. Das brauchen wir eigentlich zweimal direkt. So, was macht das Ding? Wenn wir jetzt einen Mob schlagen, der diese Partikeleffekte hat, würden wir nicht mehr den Dämonic Will kriegen. Sondern das Ding hier würde sich einfach aufladen. Das heißt, wir hätten nicht mehr so viel von dem Kram hier rumliegen. Äh, ich kann es mal zeigen. Wenn wir den Ding jetzt einfach mal irgendwo hinschmeißen, äh, sammeln wir den nicht mehr ein. Sondern das Ding hier lädt sich einfach um den Wert, den das Ding hat, hier unten auf. So, wir können es auch einmal machen. Genau. Davon brauchen wir jetzt gleich nochmal eins. Und ein Eisenschwert. So, das war, äh, Gold Inget. Ein Glas. Hier. Redstone. Und Lapis. Und dann ein Eisenschwert. Äh, Irons Wort. Wir nehmen mal ein sauberes. So. Wunderbar. Äh, da ist noch eins drin. Wunderbar. Die schmeißen wir schnell zusammen. Das craftet sich zusammen. Und dann tun wir hier noch das Eisenschwert mit rein. Ich weiß gar nicht, reicht das Ding hier aus. Aber ich glaube, das Ding braucht null Will. Dann kriegen wir diese Sentinels Sword. Und das macht jetzt nichts anderes, als dass wir diese Snairs nicht mehr brauchen. Sondern wenn wir damit jetzt einen Mob schlagen. Wir können mal gucken. Wir haben jetzt einen 9,52. Ähm. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass es in die Nacht nicht Nacht wird, ne? Aber, das können wir schnell ändern. Wir hauen hier einen Redstone raus. Sagen, pass auf. Mach mal schnell Nacht. Beziehungsweise, es ist eh schon Nacht. Oder es wird gerade. Na gut. Dann warten wir kurz, bis die Mops da sind. Wir sollten ja gleich ein paar kommen. Weil so Spinnen oder so würden uns hier schon reichen. Aber ich glaube nämlich, dass... Hm, 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 hm. Ja gut. Da warten wir jetzt einfach mal einen Moment. So, jetzt ist es Nacht. Jetzt gucken wir mal. Wir haben 9,52. Jetzt kloppen wir einfach mal zwei Monster weg. Einmal den hier. Einmal den hier. Wo wir jetzt reingucken, haben wir 11,52. Das heißt, wir können jetzt hier schön Mops umkloppen. Und kriegen dann den Willen. Beziehungsweise, wir können auch die schnell wegschmeißen hier. Die brauchen wir nicht mehr. Die sollen bitte alle hier unten rein. Und dann würde ich sagen, renne ich mal kurz die Nacht durch. Und kloppe mal ein paar Monster. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so viel Will brauchen als nächstes. Äh? Was haben wir jetzt? 25? Ich glaube, 60 passen rein. 30 müssen ungefähr die Hälfte sein. Äh. Gut. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, was wir brauchen, um... Ah, Moment. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, ja. Ist schon recht. Nee, nee, nichts gibt's. Die Mops sind natürlich die schönsten. Die explodieren nicht. Spinnen sind auch noch in Ordnung. Ah, One-Hit. Perfekt. Jetzt haben wir schon über 30. Also, ihr seht, es geht dann relativ zügig. Ähm, jetzt lass mal gucken, was wir brauchen... Was... Hä? Was brauchen wir denn für den nächsten Tier? Das sind ja hier diese Blood-Dinger da gewesen. Jetzt schauen wir einfach mal. Ähm, wir gehen mal schnell in Scrapting-Tömmel rein. At Blood Magic. Das waren diese hier, glaube ich, ne? Äh, das war dieses Weak-Blood-Shard. Äh, da steht leider nirgendwo drin, wie man es kriegt. Äh, ich glaube aber, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, man braucht dieses Bound-Blade. Äh, das ist ein Diamantschwert. Plus dieses Binding-Regains und... Äh, genau. Äh, wir brauchen 400 Will. 60 kriegen wir mit einem Ding voll. Okay, äh, Glowstone, Redstone, Gunpowder, Goldnugget. Äh, das war Goldnugget. Äh, Gunpowder. Äh, was war's? Goldnugget, glaube ich, ne? Äh, mal gucken wir mal schnell. Äh, at Blood Magic. Zack. Nein, halt. Wir wollen das da hier machen. Das da hier. Äh, Glowstone fehlt uns noch. Äh. Was ist der? Glowstone Dust. Das da hier. Und irgendwo sind noch Mobs. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Ja. Die hier könnte ich natürlich gerne verzichten. Es gab auch einen Charme, dass die nicht mehr explodieren. Die müsste ich mal suchen. Weil die wäre natürlich ganz geschickt dann. So. Ja, komm. Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Äh, zack, 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 zack. Ja, das fängt noch nicht mal an. Ich glaube, 40 stand dran, dass man braucht, dass das Ritual überhaupt anfängt. Äh, dann lass uns mal noch schnell... Also, lass uns mal schnell gucken. Äh, äh, bound. Was ist das da hier? Äh, minimum 400. Das heißt, wir brauchen echt so einen großen Gem. Äh, die großen kriegen wir, indem wir einen kleinen vergrößern. Okay, passt auf. Wir gucken mal. Äh, ein Gem. Äh, den hier kriegen wir. Dem einen kleinen. Mit Diamant, Lapis und Redstone Block. Okay. Äh, äh, dia, Lapis und Redstone Block. Redstone Block, so. Na, komm her. Dich nehmen wir natürlich gerne mit. Und dann, äh, halt, die hätten wir gerne alle wieder zurück. Äh. Ja, ja, ist der gut. Weg mit dir. Ich sag nur, also wollen wir ja nicht, dass Nacht wird, aber aktuell ist das, wäre das für uns echt hilfreich. Äh, nein. Wir wollen dich diesmal hier oben haben. Dann das da, das da, das da. Und ein bisschen... Ja, jetzt reicht es wahrscheinlich nicht. Wir brauchen jetzt nochmal so einen wahrscheinlich, oder? Äh, äh, Mist, Mist, Mist. Wie gesagt, Blood Magic ist es nicht so mein Ding. Äh, aber wir kriegen das zusammen raus. Blood Magic. Äh. Ja, ist ja gut. Äh, wir wollten nochmal so einen haben. Das war Redstone Gold, Glas, Lapis. Redstone. Gold. Gold. Glas und Lapis. Das alles hier rein. Zack, 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 zack. Zum Glück haben wir davon noch einen. Na, der ist zu schlecht. Okay. Ähm. Dann tun wir den Kollegen mal schnell hier rein. Ich hoffe, dass der dann nicht durchgereicht wird. Und wenn wir jetzt den Mobs gloppen, dass wir dann ganz normal... Äh. Ja, passt. Okay, wir kriegen den Will. Wie früher auch. Genau, eins. Das reicht uns. So, den schmeißen wir jetzt hier rein. Zack. Zack. Und dann kriegen wir nochmal so einen Jam raus. Und wenn wir jetzt den, den, den und den. Und dann gehen wir mal kurz an die Tasche, holen uns den hier raus. Na, reicht immer noch nicht. Muss das Ding echt voll sein? Kann doch fast nicht sein, oder? Jam? Äh. Doch, wir brauchen echt 60. Das heißt, das Ding muss voll sein. Aktuell haben wir 50. Okay, dann gehen wir mal schnell auf die Mobsuche. Äh. Und machen das Ding schnell voll. So, jetzt hat das Ding 64. Jetzt gucken wir nochmal schnell. Na, komm. Wir nehmen natürlich mit, was wir mitnehmen können. Und schauen, ob das jetzt mit uns spricht. Jetzt müssen wir mal das jetzt hier rein tun. Äh. Mit 64. Jo. Dann läuft's. Zack. Also, es braucht nur zum Starten 60. Ähm. Ja, das ist ein bisschen doof hier mit dem, mit der Anzeige. Ähm. Minimum heißt, es braucht Minimum 60, um zu starten. Es verbraucht, aber traint, nur 20. Das heißt, ihr verbraucht weniger als, wie sagt man das? Das eine ist halt zum Starten, und das andere ist das, was es dann wirklich verbraucht. Ja. Ist ein bisschen, ist ein bisschen doof, finde ich. Also, dass es nicht so schön dargestellt wird. Aber ist nicht so tragisch. Jetzt gucken wir mal, was brauchen wir für den Nächsten. Äh. Wir brauchen mindestens 240. Jetzt ist die Frage, können wir die irgendwie zusammenkraften? Wenn nicht, kann ich jetzt die zwei kombinieren? Oder habe ich jetzt einfach Pech, dass da jetzt so viel drin ist? Ich befürchte, ich habe da jetzt halt einfach Pech. Aber wir schmeißen den jetzt mal, äh, hier rein, dass wir den haben. Äh. Schmeißen die hier hin, dass das Ding sich mal auffüllt. Und werden dann einfach so nach und nach nachts ein bisschen die Mops kloppen. Beziehungsweise die Frage ist, äh, jetzt hat das Ding 1,26. Äh, was passiert, wenn ich zum Beispiel die hier kloppe? Passiert dann auch was? Nein. Also, es sind wirklich nur Hostile-Mops. Ähm, also nur bösartige Mops. Hm. Ich glaube, so ein Drachen damit kloppen wird wahrscheinlich ein bisschen zu lang dauern, oder? Ich denke mal, der müsste aber auf jeden Fall gut Wille geben. Jetzt gucken wir mal, ob wir es Nacht werden lassen können. Hm, wo ist denn unser Berg? Hier drüben irgendwo. Also, ich habe ja schon die 1,6 installiert. Ähm, ist noch Beta. Und ich glaube, das Ding, ja, spackt noch so ein bisschen. Wir wollen Time. Äh, ach ne, ich habe von hier geklickt, ne? Macht natürlich keinen Sinn. Wir müssen natürlich hier oben die Zeit auswählen. Jetzt sagen wir einmal Moonrise. Aber das Ding hat trotzdem einen Bug. Wenn das Ding nicht von alleine läuft, dann verschwindet die Animation nicht immer. Und, ja. Ist ein bisschen nervig. So, dann hätten wir jetzt gleich wieder Nacht. Dann würde ich sagen, ich würde ein bisschen Monster kloppen. Bis zur nächsten Folge. Und dann würden wir... Hm. Na, kommt her. Eigentlich müssten wir ja fast ins Deep Dark gehen, ne? Da gibt es genug Mobs. Äh, Nachteil sind es natürlich, dass die dort auch wesentlich schwerer und stärker sind. Äh, aber hier, glaube ich, sollte es so weit erstmal passen. Äh, zack, zack. Aber was wir noch machen könnten, wenn wir so was ich noch schnell zeigen kann. Ich habe ja an dem Altar ein bisschen was umgestellt. Äh, den Creeper, die nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, du auch. Komm her. Du auch. Also ihr seht, das Ding lädt sich auch relativ zügig auf. Man muss nur Mobs suchen. Und ein bisschen kloppen. Na. Eigentlich genau das, was ich nicht machen will, nicht Mobs hauen. Ist jetzt halt hier ein bisschen Pflicht. Aber naja, ich denke, es gibt Schlimmeres. Und wenn man halt mit Bloodmagic arbeiten will, was halt nun mal viel mit Opfergaben zu tun hat, dann muss man halt auch damit leben. So, nein, nicht explodieren. Doch, explodier halt. Äh, zack. Das Gute ist halt wirklich, dass wir es immer Nacht werden lassen können. Ähm, und dadurch kann man hier das Ganze relativ schnell auffüllen. Ähm, hier ist gerade nichts Böses mehr. Da drüben müsste noch was sein. Jo, komm. Oh, nein, nein, nein. Nicht explodieren. Und du auch nicht. Gut, dann explodier halt. Äh, du noch. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Äh, aber wenn hier gerade so viele Mobs sind, das muss ich einfach ausnutzen. Ich meine, damit tun es natürlich bei den Mods auch vorsorgen, dass man nicht sofort im Endcontent ist. Da muss halt echt ein bisschen Farmen gehen, sag ich mal. Äh, ja. Oh, drei Keeper. Ist klar. Also, du spawnen hier irgendwie bei dem Blutaltar. Sind das viele Mobs? So, da sind hier schon immer so viele gespawnt. Boah, nicht so total. So, jetzt aber. Kurz Ruhe. Ähm, und zwar kann man hier an dem Altar diese normalen Blank Runes gegen Runen austauschen. Und ich setze mich jetzt mal kurz da oben hin. Hier müssten wir einigermaßen sicher sein. Und dann gucken wir mal. Äh, Runen. Und zwar, ich habe jetzt erstmal dieses Beat Runes vier Stück hingemacht, die dafür sorgen, dass, ähm, der Altar schneller leer gesaugt wird. Das heißt, wenn ich, äh, einen Stein rein tue und es dem Geblut füttere, ähm, brauche ich weniger Zeit, dass da halt so eine, so eine, äh, Blank irgendwas rauskommt. Äh, das Ganze gibt es noch mit Effizienz, dass er, äh, ganze Dinge effizienter ist. Runen of Sacrified ist, ähm, wenn ich einen Mob auf dem Altar töte, dass er mehr LP gibt. Äh, äh, doch LP? Okay, Lebenspunkte. Äh, Self-Sacrified ist, wenn ich mich quasi selbst steche, dann gibt der Altar auch mehr Blutpunkte. Das heißt, man könnte sich so auch ein bisschen effektiver umbringen. Äh, äh. Ja, genau. Zack. Ähm, und ich denke mal, mit diesem Self-Sacrified werde ich das Ding erstmal ein bisschen ausstatten. Und dann gibt es noch, was ich auch wichtig finde, müssen wir mal Rune eintippen. Ähm, die Displacement, nein, die Capacity, Capacity Rune. Ähm, aktuell passen ja 10.000 LP in einen, äh, in den Altar rein. Und wenn wir jetzt mal dieses Ding hier bauen würden, da fehlt uns jetzt halt eine Blank Rune. Die können wir jetzt mal kurz, äh, habe ich denn keinen normalen Axt? Ich nehme mal diese hier. Und nehme hier mal zwei Runen raus. Wenn ich dann noch Platz im Altar hätte, ähm, im Inventar hätte. So, äh, kann ich noch mal eine bauen? Rune of Capacity. Nein. Okay, eins reicht mir aber erstmal. Die nehme ich jetzt und tausche die hier einfach dagegen aus. Und wenn ich jetzt nochmal hier mein Division Digital nehme, dann passen hier nicht mehr 10.000 rein, sondern 12.000. Das heißt, eine so eine Rune, ähm, fügt 2.000 LP Platz hinzu. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel einfach hier in der Mitte zum Beispiel Speed nimmt, außen dann Capacity, also die Kapazität, und dann kann man hier ein bisschen kombinieren, bis einfach mehr Platz drin ist. Gut. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne noch mich nach oben da, nutzt die Kommentarfunktion, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin erstmal, tschüss, tschau, tschau, und bye, bye. Tschö. Tschö. Tschö.